Ja, ich bekomme nichts. War das? Nee. Nee, das war nicht das, was mich... oder? Ist das das, was mich heilt durch Explosionen? Ich bin mir nicht sicher gerade. Oh, ich hab ne Treppe. Ist das jetzt diese reguläre? Nee, Moment, das wäre dann einfach nur... Drop mal was. Komm schon. Drop was. Ich brauch nicht mein Herzen. Ich brauch keine Herzen. Ich muss mich verarschen. Das war nicht die, worum das führt, ne? Das war die, die in so einem Bonusraum technisch führt. Richtig. Ich nutze einfach mal das hier. Das wäre klüge gewesen, wenn ich sie erst getrennt habe und dann benutzt hätte, aber... Details. So. Ich brauch noch mehr mit Geld. Schön vorbeigeschossen, alles. Das war's. Die probieren es einfach mal aus. Ja, das ist das, was mich heilt, wenn ich bomb. Geil. Am besten mit Ipek, oder wie das Scheiß heißt, kombinieren. Und dann noch irgendwie dieses... Was war das? Soja, Milch. Mal so ewig schnell, ewig viel schießen. Das ist mein Gehirn. Ich brauch mal einen Gehirn-Einsatz. Ich ne, das ist mein Gehirn-Auf-Ansatz. Ne, ist ja gar nicht mein Gehirn. Das ist das Gehirn eines anderen. Benutzt die Gehirne eines anderen. Um eure Feinde zu vernichten. Bist ein Haufen Scheiße, weißt du das? Lack abhängt. Oh, zwei Schlüssel. Genau, was der Arzt empfohlen hat. Noch mehr Schlüssel. Oh, wobei, doch Schlüssel brauch ich noch. Das war ja Geld, was ich so viel hab. Gucken wir mal kurz, was kriegen wir denn hier noch? Ich glaub, das sind alle so Dinge, die ich nicht haben möchte. Ne, warte. Ich glaub, das wird eh nicht, das zählt eh, glaub ich, nicht als freigeschaltet, wenn man Dings macht, ne? Ich glaube nicht. Mir fällt grad noch was ein, muss ich jetzt mal kurz gucken, einen Moment. Der Mixer, ja gut. Alles klar, der Mixer mixt, sehr gut. Ich würde euch jetzt hier fragen, welcher Mixer, aber das ist nicht weiter. So, jetzt hab ich eine echt gute Item-Kombination und darf nicht weitermachen. Also, ich darf schon, aber... Oh Gott, ja. Bitte, lass mich mein Geld ausgeben. Was gibt's denn da noch weiter? Ich weiß es nicht, glaub nicht. Wahrscheinlich krieg ich gleich den Dollar, weil... Ah, das ist das Lied, natürlich. Davon kann man maximal drei haben, ne? Wenn ich mir hier... Ja, zumindest von denen, die einen direkt umkreisen. Ready, fly... Was soll ich? Hab' ich schon zwei. Ja, drei. Gib mir mehr. Mehr gehen nicht mehr. Was machst du? Oh Gott. Nicht der Scheiß. Oh, ein weises Herz. Das war alles trock. Ey, noch eine Predi-Fly, die nicht mehr kommt, weil ich schon drei hab. Toll, läuft super. Challenge läuft gut. Ich hab' fünf Herzen und alles, glaub' ich. Fünf? Hab' ich fünf? Ich glaub, es waren fünf. Oh, Rengstau. Na, na. Kann ich immer Glück haben. Viel Lack hab' ich überhaupt. Na, geht's doch. Komm schon, gib mir noch ein weises Herz. Brauch' das zwar nicht mehr, aber... Dann geht's ja grad nicht. Na, jetzt hab's aufgenommen. Scheiße. Ne, der Dolle. Ich finde halt kein Shop und nix. Das ist zum Kotzen. So, es gibt hier gar keinen Shop. Scheiße. Und da ist mein weises Herz wieder weg. Deswegen wollte ich ein zweites, aber naja. Man kann nicht alles. Nachher ist es eh vorbei, glaub' ich. Aber ich nehm' halt mal so ein Maximum mit, weil... Das ist der Fall, dass ich mich grad' täusche. Fick dich. So fick' er sich. Ach, da ist es da. Da geht's nicht weiter. Kann ich ihn nicht mitnehmen, weil ich die Zecke noch hab'. Ich hab' Zecken. Zusehendlich zu den Läusen. Ich hab' auch Kakerlaken hier. Das sind recht nett Leute. Vor allem manchmal auch noch Essen fressen. Ne, ist natürlich... Willst du mich verarschen, Spiel? Ein Start, willst du mich verarschen? Richtig, ich kann ja nicht sterben. Ha, durch die Explosion. Nicht mehr. Ich bin Explosions-Skitzscher. Soll ein bisschen aufwendig zu spielen. Und anfangen, ein bisschen minimal besser zu spielen. Vor allem noch verlieren. Okay, ich hab' noch volle Energie. Passt. Läuft. So, was haben wir denn da oben? Ne, du hast überlebt. Cheater. Ein blaues Herz. Ein rotes Herz. Toll. Alles, was ich nicht brauche, krieg' ich. Alles, was ich wollte, war ein Shop. Alles, was ich kriege, ist Scheiße und Geld. Und gute Items. Aber die sind nicht so wichtig im Spiel. Brauchen wir nicht ein Bunny of Ice. Ne, das war komisch. Weinstillend. Ah. Ah, das ist jetzt leicht ungünstig. Schieß, Gehirn, schieß. Ich glaub, es gibt hier keine Shops. Keine Shops für einen Honk. Oder für mehr goldene Kiss. Moment, die Explosion kann mich ja nicht mehr töten. Ja. Keine Ahnung, was das macht. Ich glaub, anziehend Glück. Bin mir nicht sicher. Ich kenn' die Items so gut. Der Wahnsinn. Ja, schön. Als erstes mal noch mehr goldene Kisten. Natürlich. Warum nicht? Alle goldene Kisten. Die nächsten 50 ran, krieg' ich keine einzige mehr. Nicht eine einzige, das sag' ich euch an. Gut. Achso, richtig. Die können mich mit den Explosionen ja auch nicht töten. Ah. Cross Tears. Ja, richtig. Da macht man manchmal sowas, was bedingt nützlich ist, sag' ich mal. Mal. Nee, Kusch. Ab ins Körbchen. So, jetzt sagen wir, wir machen jetzt gleich mal nen Boss. Äh, lebst ja noch. Was bist du denn? Nichts mitnehmbar. Und ich hab' die Zecke. Das soll die ganze Scheiße nicht allzu lang dauern. Ich hab' mich im Springen gekillt. Killed. Ich bin tot. Seht ihr jetzt nicht, aber ich bin tot. Aber da ich cheat' ohne Ende. Lock up, ey. Klar, warum nicht? Ich hab' ja noch nicht genug. Ich hab' wirklich noch nicht genug. Brauch' mehr. Oh, hallo Mama. Nein, ich möchte gern auf Mama und mein Gehirn. Das Gehirn, das ich habe. Ah, mal, guck mal, das Gehirn, das ich gefunden habe. Da guckst du dir nicht mein Gehirn an. Guck dir mein Gehirn an. Mein Gehirn. So. Ich hab' keine Ahnung, wie es das Herz nicht habe, aber ich glaube, es ist eh voll gleich. Störfst du wieder mal, danke. Ich bringe auch das Polaroid mit, das bringt mir zwar nix und... Ich könnte auf den Devil rumgucken. Dann beenden wir das mal. Ich hab' einen Pokal. Ähm, Seruno Fagalatz. Sapeared in the Basement. Ich hab' gerade eine Rundschaft freigespielt. Ähm... Damit hätten wir eine weitere abgeschlossen. Wird auch langsamer Zeit. Ich hab' bisher nämlich noch nicht so viele. Gott, hab' ich wenig. Muss ich mal... Muss ich mal nachlegen, ne? Hi, Brown. Ja, komm. Was war das? Hat man da nicht irgendwie mit der Kacke gestartet? Ach nee, ich konnte... Ich kann alles in... War das nicht so, dass das alles in... Ja, das verwandelt alles in Scheiße. Richtig. Ich hab' schon mal ein besseres Item gefunden. Was aber nicht? Ich bin schon halb Koopi. Aber auch... Ich bin halbtot, würde ich sagen. Hallo, was bist du für'n Scheiß? Ich spinn's wohl. So, mehr fliegen, bitte. Ja, mehr fliegen. Wir fliegen, mehr fliegen, mehr fliegen. Äh, was? Falsches Spiel. Da bekomm ich nicht rein. Und bräuchte ich auch nicht rein. Ich brauch' einen Schlüssel. Ich brauch' einen linken Schlüssel. Pinkle ich, oder sind das noch Tränen? Da ist ein Schlüssel. Ähm, ich hab' Bomben. Wir sind echt scheiße. Der war gut. Ne, war der nicht. Sein Geld. So. Einen Schlüssel für die goldene Truge, in der es nicht einherzt ist. Was auch. Dein Spiel. Ich hätte vielleicht lieber da links rein sollen. Der soll tun. Machen. Und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Mach' der schon wieder. Äh. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich den gerufen hab'. Frag' nicht! Also, mit den Items, die ich jetzt hab', ist der schon. Unangenehm. Weil die nicht so geil sind. Schmeißt du mal ein paar Münzen rein, wenn ich erkenne. Schade, dass das kein Glücksspielautomat wär'. Oh, Bosskampf, Zeit für Glücksspiel. Uuuuh. Ab hier ab. Sehr schön. Hätte ich vielleicht nach dem Devil nehmen. Also, wenn ich einen Devil-Deal bekomme, ich weiß nicht. Das garantiert mir ja niemand. Und so. Ich hätte gern ein bisschen Range ab oder sowas. Oder. E-Pack oder. E-Pack und Prima und War. Speed-Upload-Sites. Uuuuh. Hab' ich noch irgendwo... Warte, Taste. Da kann er nicht sein. Ja, komm. Geh' mal runter. Was soll der Geiz, ne? Geh' mal abwärts. Wir müssen ja auch noch bis zur Mama kommen in den Anfangsdingern. Warum hab' ich die alle noch nicht gemacht? Keine Lust, glaub' ich. Aber jetzt hab' ich Lust, dass wir nicht mal durchgerockt haben. Ich hab' keinen Schlüssel. Ich brauch' einen Schlüssel. Ich brauch' bessere Waffen. Ich würd' gerne eine Schotflinte für 500 kaufen, was? Da war übrigens kein Ziel davon. Auf jeden Fall, dass ihr's nicht gemerkt habt. Oh, da ist ein blaues. Ha, blaues Stein. Blaues Stein. Blaues Stein. Oh, da. Hab' du gesehen, ey? Da kommt, ey. Ein Herzblau raun. Neh' ich. Oh, gleich den Boss kommt. Was soll der Geiz? Vamp-Party, hey. Sehr gut. Bleib doch da mal drin, bitte. Das fänd' ich schon leicht geil. Damage plus Range up. Yes. Das ist Geert. Ne, das will ich, glaub' ich, nicht. Das ist auch durchteuern. Ich hab' erst so. Rot und so. Ich seh' jetzt rot. Hui. Ich brauch' noch einen Schlüssel. Schlüssel. Und Kohlen. Vielleicht sind die auch da links. Manchein. Lass' mal mal das da auf. Naja. Hat's nicht ja gelohnt, du. Gucken wir uns erst mal fertig um. Ah, kein Geheimgern. Kein Geheimgern. Geheim Raum. Ach. Scheiß' doch drauf, wie's heißt. Das sind doch nur Worte. Hallo. Kann man belieblich austauschen. Ob ich jetzt sage, du bist toll oder du bist das dumme Wichser, ist doch. Ist der Unterschied. Ist austauschbar. Na, 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 na. Na, 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 na. Wasser ist watschen. Überhaupt was. Was, sing you. Na, 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 na. Voll easy. Warum hab' ich sie nicht früher gemacht? Au. Das drückt im Gesicht. Auch kein blauer Stein, aber nur die Münze. Mal gucken, was da oben noch so drin ist. Ah, vielleicht? Yes, ich bin so gut. Nehme ich mit. Kein Geld, kein Geld. Scheiße. Und da haben wir... Was bist du denn? Hat sich fast schon gelohnt. Das Buch könnte ich jetzt mitnehmen, aber ich glaube, ich möchte lieber die Fliegen haben. Vielleicht werde ich ja noch Guppy. Ich glaube es war nicht, aber... Guppy ist halt nur toll, wenn man... Ach, komm schon. Wirklich. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Schlechte Entscheidung. Ja, eine schlechte Entscheidung. Ich habe schon erwähnt, dass das eine schlechte Entscheidung sein wird. Ach, komm schon. Schlechte Entscheidung. Vielleicht brauche ich nachher nochmal drei Schlüssel, wenn ich nochmal einen Raum mit 20 rollenden Kisten finde. Nehme ich mal bitte sterben. Ich habe doch schon Damage ab, oder? Nehme ich mal die Taste schon wieder. Nehme geht so. Falten muss voll sein, die Tränen in halbem Raum ausfüllen. Dann hat man genug. Gehe ich da rein. Ich warte lieber noch einen Moment. Du willst Kohlen. Kenne ich das Gefühl. Ich möchte gerne mehr fliegen. Ich habe noch einen ausgelittenen Key. Ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Keys. Hätte ich mir den einen ja sparen können. Für später. Wenn ich mal wieder einen Key brauche. Oh, ein Key. Hey. Toll. Habe ich mir gewünscht. Habe die ganze Zeit gedacht, was fehlt dir jetzt noch? Ein Schlüssel. Hier macht man deine Nase. Hier, mach mal ein Sterben. Machst du mal sterben? Stirbst du jetzt endlich mal? Oh ja, mehr Damage. Komm schon. Gib mir alles. Das ist mir hart. Gib mir mehr Fliegen. Das sieht so großartig aus mit dem Auge noch. Zu viel Kaffee, dann seht ihr auch so aus. Oder zu viel Koffein. Deswegen soll die Kaffee auch verboten werden. Das hat einfach zu viel Koffein. So, was finden wir hier noch? Oh, Piesse, die haben vielleicht Zeug. Vielleicht Zeug, hm? Stimmt sogar, sie haben vielleicht Zeug. Vielleicht auch nicht. Ich leg hier mal eine Bombe hin. War vielleicht nicht so unbedingt perfekt positioniert. Noch mehr Kohlen. Kann ich nachher den Bettler da geben. Oder was genau das sein soll. Also, Herzen brauche ich nicht. Natürlich nicht. Ich bin... Oh, scheiße mit Nussstückchen. Auch Ferreiro-Rosche, genau. Weiß nein. Ich leg mal noch eine. Ach, und wann wir es haben. Oh mein Gott. Endlich habe ich die richtige Größe. Das ist sehr schrecklich. Finde ich gut. Ich hatte zwar noch auf den One-Up-Pilz-Groof. Den kann man da in den Meridianen auch noch bekommen. Aber hey. Man kann nicht alles haben. Die haben wir nicht mehr Bombe. Die will ich mir aber nicht mehr auf. Dann brauchen wir immer mal eine Bombe. Weil sonst hat man keine, wenn man eine braucht. Ihr kennt das sicherlich. Ihr seid gerade unterwegs draußen. Boah, jetzt eine Bombe und dann habt ihr keine. Fool, der bringt mich zurück zum Start. Ich weiß nicht mehr, oder? Der bringt mich zurück zum... Ja. Ach, ich Idiot. Ja. Ja. Telepilz. Oh, ein Glück. Ein Glück. Richtig, ich brauche ja noch hier eine Bombe. Richtig. Und ich brauche jetzt erstmal noch ein paar Arzen. Ich habe die jetzt irgendwie verbraucht. Ach komm, was soll ich kaufen? Wir kaufen noch das Blaue. Und was bist du? Entfestet. Könnte besser sein, aber naja. Oh, oh, okay. Alles gut. Wir haben wieder volle Herzen. Wir haben noch vier Münzen, was ich bei Nero... Ja, das war jetzt richtig klug, was ich gemacht habe. Och, bin ich dämlich. Ich passe sehr gut auf in dem Spiel. Und der fickt sich. Scheiße. Das war jetzt gut durchdacht, dass ich Einkaufen gehen kann. Lass uns tiefer gehen. meinem Niveau hinterher. Scheiße. Ich bin ja richtig gut ausgestattet. Also, sagen zumindest die Frauen. Bitte mal weg und so. Sagt mal ein bisschen weniger. Ja, ein bisschen weniger. Okay. Kriege ich irgendwas? Nein. Krieg's nix. Verpisst dich. Spaß. Das ist ja nicht die Wohlfahrt. Hier, komm. Friss das und das. Und oh, das. Nehme ich doch mal mit. Irgendwie. Toller Raum. Piercing Shots. Nehme ich. Nein. Nein. Ja, ich habe vielleicht nicht mehr so viel Glück. Aber wer braucht das schon? Ja. 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 Vielen Dank.